und da heiße ich euch hier herzlich willkommen bei anno 22.005 nein das ist gar nicht richtig 22.005 und ich guck grad wo sind denn die folgen das heißt wir müssen jetzt hier anknüpfen ich muss ja stehen dass ich eigentlich ich weiß nicht ich habe seit lange nicht gespielt wie immer und ich dachte mir so hast du eigentlich noch bock auf anno ja ist ja eine berechtigte folge aufgrund der sicherheitsbedenken ist der bau nicht gestattet und ja Maschinen erfüllen sie aber eigentlich nicht aus wenn die so lange nicht sehen wenn ich irgendwie die Person brauche ich dann zu den Nährstoffen beladen sie ihr Fahrzeug mit 45 äh Fusionsreaktor sollte ich bahnen das war die momentane Mission okay wie gesagt ich habe lange nicht gespielt und ich muss halt sagen dieses eine ist nicht anders wie die anderen es ist irgendwann extrem anstrengend und der größte Fehler den ich halt gemacht habe war übrigens kann ich hier das mal machen an dem ich habe den Asteroid Miner mal gespielt aber schön sie zu sehen ich habe ein Angebot von Kassian Industries für sie haben sie Lust nach den Sternen zu greifen schön sie zu sehen ich habe der Mond ist voller Meteoritenkrater natürlich ist das ein Albtraum für alle die dort leben aber warum machen wir nicht das beste daraus die Mineralien die wir abbauen könnten sich als nächster wichtiger Rohstoff erweisen von wissenschaftlichen Entdeckungen ganz abgesehen auf die sogar Ibarra Foxcom eifersüchtig sein wird Kassian Industries möchte ihnen diese einzigartige Gelegenheit zur Zusammenarbeit anbieten wir werden als Erste das entdecken wonach die Menschheit in der Zukunft streben wird aha ist halt so da zweifel ich aber noch streben bevor wir in den Meteoriten bohren können müssen wir müssen wir zuerst daraus finden sie am Meteoriten der da achso sechs Stück alles klar ist ja easy was ist das denn der vermutet halt einfach okay wir haben hier seit wann ist noch in die Karte wo ich das alles sehe die war da vorher nicht da oder ihre Diskretion ist zufriedenstellend ja ja Kassian dankt ihnen dafür gut dass ich sie erwische die Geschäftsführerin möchte ihnen einen Auftrag anbieten das ist ja krass äh siebenhundzwanzigtausend Credits ach so plan sie achso genau wir müssen ja in dem Krater wie konnte ich ihn nun mal raus ach so ja ok Gottes willen wie gesagt ich hab das halt ewig nicht gespielt ach du scheiße äh liefern sie zu Willi Yorks ins Sommerfahren ok krieche kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern das ist wunderbar so lad mal aus das sind wirklich gute Neuigkeiten nicht unter meiner Aussicht sie eine Katastrophe gegenmaßnahme aktualisiert bau kann jetzt fortgesetzt werden wir brauchen auf jeden Fall Knete oh die wollen hier alle ähm haben ein Bedürfnis nach Gemeinde also nach ähm Gesellschaft ähm Gemeinschaft äh da lässt sich wohl wahrscheinlich einrichten wie konnte ich die nochmal drehen mit R ne ne warte mal mit mit welcher Taste habe ich die nochmal gedreht oh mit der nicht mit welcher Taste habe ich die nochmal gedreht scheiße ich weiß es echt nicht mehr hier ne was war die Drehtaste Moment kann ich das hier einsehen irgendwie ähm hier äh Tastbelegung Kamera nein Bau nein bapapapam also ok Punkt oder Komma also wäre das dann theoretisch das oh haben wir jetzt nicht genug Strom ne haben wir nicht jetzt geht das wieder los mit dem Strom naja gar nicht dran ich dachte scheiß die Wand an äh äh ja Warnung Energiebedarf nicht länger deckbar wirklich hätte ich aber nicht gedacht Junge bin ich ja richtig begeistert was geht hier äh äh scheiß die Wand an was ist das denn eigentlich achso ja natürlich klar wer kennt es nicht jetzt ist meine Folge Kacke Aluminium ne wir wollen keine Aluminium ja das ist ganz schön Kacke wir brauchen mehr Energie ich könnte jetzt halt noch so ein Firmaufstieg krass der Unternehmenswert ist Gestransferroute ineffizient achso Ursache fehlende Waren ja ist ja ok Junge ich kann es doch auch nicht ändern ich baue jetzt hier nochmal ein Gaskraftwerk ähm keine Ahnung hier einfach erstmal hin das ist jetzt die Frage haben wir genug Ressourcen Kacke 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 Fehlende Waren ja ok du siehst ja echt nix ne die Polarnacht ist schon ganz schön assi die Schatzsuche in der Wittwasserbucht haben wir noch nicht und ähm was brauchen wir hier eigentlich das ist echt ne gute Sache beladen sie 50 Fahrzeuge mit Fusionsenergiezellen aus ihrem Raumhafen na klar die habe ich ja auch kann ich das machen? wir probieren es mal gut das ist viel besser ähm wie viel Einfluss habe ich denn? 24 auf wen bieten die denn? gesteht ihnen das letzte Geburtstück machen wir einfach mal 15 ach so meine ich ok Kersian Industries weiß ihre Professionalität zu schätzen was für eine Freude sie hier zu sehen möglicherweise haben sie Interesse an diesem Auftrag möglicherweise ich glaube wir sind alle froh dass diese Angelegenheit vom Tisch ist die Welt wartet nicht darauf dass du sie veränderst triff deine Wahl und bewirke etwas damit was ist was ist jetzt zur Wahl kommen Abstimmungsbelohnung markiere Module äh markierte Module verfügbar Lei Sheng Module sammeln vertrau mir davon haben wir alle was Cassian Industries sie halten selbst ruhig für ihre Stimme ja Energie ich mach mal hier abstimmen siehst du so gewinnt jeder 50.000 Credits 200 Iridium so gewinnt jeder na klar wir haben wir wurden ja bestochen wenn man es genau nimmt aber es ist nicht so schlimm jetzt haben wir übrigens auch glaube ich genug für den äh Fusionsreaktor oder? wie viel kostet der? 270.000 ich baue den mal ich baue den mal ich baue den einfach mal hier so hin es funktioniert es funktioniert tatsächlich sie haben gerade eine unerschöpfliche saubere Energiequelle erzeugt es wird die Menschheit in eine neue Ära katapultieren und jetzt teilen sie ihre Errungenschaften mit der Welt die Global Union möchte dass sie die zwei stärksten Energietransmitter bauen die es je gegeben hat sie müssen sich vorsehen diese Leute schießen erst und stellen danach keine Fragen ich freue mich das wird sich nicht von selbst regeln Vorsicht bleiben auch ähnlich von Leuten folgen sie Thronsignal und sammeln sie Cassian Industries das wird unsere letzte auf der hier schon wieder bringen sie Kampfsbrunnen und zerstören sie mach unsere Waffensysteme bereit diese Leute suchen Streit Cassian Industries besteht bringen sie Cassian ja wo ist denn mein äh mein Motorover hier ach da gut der ist zum Glück nicht langsam Raumhafen bereit zur Weiterentwicklung Magnetit 20 wie find man denn alter ok dann die Energiekrise oh ja erst führt die Global Union die Erde an den Rand des totalen Blackouts dann drängen sie die Mondbevölkerung zu einer Lösung und jetzt wollen sie uns die Früchte unserer Arbeit stehlen aber das lassen wir nicht zu andocken erfolgreich nächstes Astronautenteam trifft ein bringen sie die Kampfsbrunnen so stören sie achso ja klar im Gange dann glaube ich wenn ich in diesen Radius reinkomme weil die bewegen sich relativ langsam in einem Kreis wir werden sehen achso ja warte mal wir müssen erstmal ganz kurz noch zum ähm Raumhafen im der im Walbrook Becken die haben das schon geil gemacht das kann man ja nicht sagen aber trotzdem was brauche ich denn da da brauche oh shit wir sind uns noch nicht vorgestellt worden ich glaube die entwickeln sich gerade zu Investoren oh 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 lol kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern ja unsere Befü- äh unsere unsere ähm alter guck dir das an wie schnell das Unternehmen gerade oder die Personen wachsen wie krass ist das denn ja der Natter ist das gleich unsere Ressourcen wahrscheinlich zu nahe gehen also hier sprich äh Nahrung und sowas wir haben schon ganz schön viele angestellt da möchte ich mal meinen ne und das ist halt irgendwie geil dass das halt keine Transferroute ineffizient Ursache fehlende Waren ja wirklich Diamantenmine Nano ja klar jetzt haben wir Investoren als neue Gruppe hier eine Diamantenmine na klar wo haben wir denn Diamanten bitte oh krass und Nanoschleifer na sicher kostet ja nur 48.000 das ist ja easy kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern ach zähl doch nicht keymontage keyfarm KI meine ich eine Droidenfabrik und ein fucking Stadion Neutronium in der Bohr klar wir könnten Replikatoren behalten das ist ja genau das was man machen sollte 48.000 Kredit an der Weltspitze na klar die Firmenmarken werden immer beliebter klar reichen sie in der Firma nicht für den ersten Platz weil wir die voll krassen Motherfucker sind weiss ich ob das so gut ist das da zu bauen ich weiß nur dass wir nicht genug Logistik haben scheinbar das ist ganz schön kacke das ist nicht so gut Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung ja das war ne halt mal die haben nicht genug die brauchen seltene Erde ich dachte die brauchen Diamanten wofür baue ich denn wofür baue ich denn äh wofür wofür ist mikroschips ja bauoptionen erweitert wofür braue ich denn Diamanten Moment Baue ich auf dem Mond Seltene Erde Ja genau Die ausgehende Sektor Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt Ja ich sehe das Haben wir jetzt schon genug Leute? Ach ne wir waren noch 25 Fusionszellen Ach na klar! Natürlich! Direkt neue Firmenstufe Was ist denn da los? Ähm 25 Replika 25 äh Fusionszellen Sagste Routenübersicht Achso die ist nicht so ganz gut Transferoptionen werden aktualisiert Ja ich sehe das Transferoptionen Okay Der Unternehmenswert ist gestiegen Wir ficken sie gerade alle richtig Transferoptionen werden aktualisiert Transferoptionen werden aktualisiert Mhm Mhm Ähm Ähm Okay warte mal Wir brauchen eine neue Transferroute Also Also Äh Und zwar die brauchen wir Ja Ja sicher nicht Ja sicher nicht Plus 25 glaube ich Neue Gebäude verfügbar Ja sicher Bauoptionen erweitert Ich hoffe sie werden diese Waren gut einsetzen Ich auch Transferroute nimmt Betrieb auf Guckt ihr das an Wir können überhaupt nicht so schnell produzieren wie die What the fuck Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern Natürlich wenig Androiden Na sicher Sind es noch irgendwelche Hobbys oder so eventuell Ist klar Ich möchte mal ganz kurz speichern Eigentlich kann ich ja gar nicht speichern Ha Raumhafen Upgrade wird ausgeführt Transferroute ineffizient Ursache Ich bin mega gespannt Fehlende Waren Mh Gib mir die geilen Gebäude an Ich weiß noch nicht wo die mehr aufsteigen Ahja ok Und das ist dann ein Transmissionshaubenhafen Alter ich bin mega gespannt was passiert wenn wir das erreichen Habe ich ein bisschen abgebaut Orbitalen Nee Jetzt haben wir diesen geilen Orbitalen Raumhafen Und jetzt Mit 50 Grafen Upgrade ich ihn zu einem Wovon ich das mache Ja, kommen Sie rein. Was geht's? Kann ich da irgendwie... Warte mal, kann ich... Ja genau, die möchte ich gerne löschen. Das ist ein Traum. Wenn du so eine hohe Bilanz hast wie ich... Antiroidenmangel. Kann ich jetzt nicht selber Androiden herstellen? Da war doch was. Da brauchen wir 15 Superlegionen. Solange die aufsteigen, kann ich das nicht bauen. Okay, dann ist es noch nicht so schlimm. Okay, dann würde ich sagen, der... ...kommt er aus seinem Loch gekrochen. Aber ich habe genug von den Versteckspielen. Wir schlagen zurück. Das ist weit ab des offiziellen Prozederes. Aber ich habe einen alten Kontakt aktiviert. Sie weiß, wo Drake sich versteckt. Und sie wird uns helfen, seine Anlagen zu infiltrieren, um seine Pläne aufzudecken. Drake unterhält auf der Erde eine geheime Militärbasis. Alle Geheimnisse der Orbital Watch sind an einem Ort verstaut. Ich brauche nur ein Team fähiger Dateningenieure. Dann kann ich von hier aus darauf zugreifen. Oder wir machen einen Hausbesuch. Firmtitel Überraschungserfolg. Ich habe 130 von 148 Beinen. Ich habe eine Militärschule von 11 von 30. Ah, ja. Wie wir die nicht wegmachen. Aber wir haben halt... Die Route ineffizient. Ursache... Firmberatung. Äh, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Luxuskost. Okay. Laut der Kampfdaten, die ich erhalten habe, hast du eine reelle Chance. Ja, ich weiß. Ich sollte das vielleicht auch tun, weil unsere Personen hier nicht mehr so krass steigen wie vorher. Wir sind da im Zentrum. Für Mobgratieren. Na, guck mal. Bei 150.000. Guck dir das an. Das ist schon krass. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Servin. Jahre Phil. Ich hoffe, dann kann man sie wieder entscheiden. Und wir sehen uns bei Ber flattery.